mir ist noch der luis hallo und ja wir wollen uns schon mal vorträglich entschuldigen dafür dass morgen kein wann lädst du das hoch luis ich lade das eigentlich immer sonntag um 12 uhr wird veröffentlicht und genau ihr wisst schon hoffentlich bescheid ist wird am sonntag das wäre für uns morgen ich weiß noch nicht wann ich das video hochlade auf jeden fall gibt es keinen weiteren teil vom real life projekt da uns noch ein paar teile fehlen und die wird leider noch bestellt und die werden noch zu uns kommen genau zum lackieren ist zu kalt das können wir also nicht machen für elektrik fehlt uns halt noch ein bestimmtes teil ja aber naja darauf müssen wir leider noch warten und ich weiß nicht was wir jetzt noch sonst machen können genau und ja deswegen das war's dann von dem video hast du ja sagt sagt noch zu ende kein video für den sonntag geben entweder das muss ich das heute hochladen entweder gibt es heute noch ein livestream oder sagen wir es gibt heute noch ein livestream wir machen heute aber wir wissen noch nicht genau was wir sind auch noch am überlegen was wir streamen könnten na gut dann würde ich sagen bis zum nächsten video ciao